hallo leute ja wir sind hier wieder bei dem diktaus toys ja dick toys und ja das war unser ziel die dann mal vielleicht in unser repertoire aufzunehmen und mal schauen ob wir das hinkriegen namen logo gucken mal zu so dann mal aber wir holen erst mal in kurz raus und hoffen dass er nicht ganz so lange das macht du nicht mehr ist schon er hat schon geschafft der ist einfach zu overpowered schon guck mal da eine statu naja sie einer verewigt hier wir sind jetzt hier und wollen noch ein bisschen weiter erkunden gehen dann gehen wir mal da lang wo sind sie denn jetzt da ja sorry aber du musstest ja auch mitten im weg stehen vom rollen raus macht ja anders keinen sinn jetzt hier haben und bei dem mal rein er hat er hat schon die schildkröte angegriffen glaube oder da kommt schon die schildkröte hat keinen sinn guck guck guck, ich seh dich aber du schaffst das nicht oh das ist ja mal ein schönes spiel jetzt wunderbar da ist noch ein ich nehme jetzt erstmal hier raus floppy nur erst drei stück von den floppys ja dann machen wir das doch mit dem da noch mal oder jetzt hier oben drauf das ist schlecht sonst muss ich ihn wohl noch mal schießen aber er ist nicht kaputt dann soll es klappen jetzt haben wir drei davon und da ist noch eine kiste haben wir wohl übersehen gut du mund da ist schon wieder einer die nehmen wir jetzt aber nicht oh wir sind schon ziemlich voll und fast nichts mehr mitnehmen was auch die karte da unten gibt es einen gegner aber ich würde jetzt erstmal gucken dass wir irgendwann spawn point finden schnell reisepunkt sagen wir es so auch da ist der endgegner anubis ok ich weiß nicht ob er so angreift ich habe jetzt kein die sind agro ich komme nicht weg der so nah hinter mir ok jetzt schon mal geschafft hauptsache die anderen werden gerade nicht alle agro holt rot und medizin ok komm du mal wieder rein bevor du hier wieder blödsinn machst da sind ein paar bilder die bilder sind jetzt nicht so interessant da ist noch eine kiste ok die kloppen sich da da müssen wir nicht mitmachen hier ist ein futter hier ist ein futter kann ich hier was sehen na da stehen auch mal wieder ein paar aber irgendwo muss es doch hier so schnell reisepunkt geben oder eigentlich nicht wirklich ne dann sind wir schon wieder zu nah an dem da dran meines Erachtens ja kann man hier hochklettern er steht hier das schon mal gut dann sieht es auch so aus dass wir hier hoch kommen oder also da drücken wir schon mal was drauf da ist auch ganz viel los da müssen wir bestimmt auch mal was holen können oder da ist auf jeden Fall ein Ei das holen wir uns auf jeden Fall ich glaube ein saftiges grünes Ei hatten wir noch nie den habe ich mir jetzt gesehen das war ja wieder ein blödsinn ah falsche taste das war ja die keine die die nicht die 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 aber die die Der richtige Bringer war das jetzt nicht, aber naja. Irgendwo hatten wir doch schon mal gesehen, dass was drauf ist auf so einem Ding. Ah, da war das. Ich glaube hier runter springen wir jetzt auch nicht so praktikabel, weil stürzen wir da ab, oder? Dahinten ist auch was drauf. Was machen wir? Darüber sprengen denke ich immer. Ich hoffe wir kommen da früh genug an. Wir haben aber Glück gehabt, dass wir auf so einem Absatz noch geflandert sind. Wie hier ist nichts drauf. Dann ist noch ein Ei, und da ist glaube ich auch ein Ei. Tja, so ist das halt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. In der nächsten Folge machen wir hier weiter, dass wir da rüber kommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abonnenten macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Wir sehen uns da.